ladies and gentlemen herzlich willkommen bei deep rock galactic survival demo version und wir nehmen dieses mal die pistole und hoffen dass wir dieses mal mehr glück haben indem das mir heute mal gleich das erste 35 prozent upgrade der match für unsere pistole fängt schon gut an also was will man denn mehr bis jetzt haben wir noch keine gegner also mal gucken okay feuerraden naja klar haben wir doch schon die ersten wir müssen ja natürlich unser nidra holen damage für alle ja gold ja machen wir das da ach wir sollen irgend ach ja stimmt es ist neu dazugekommen hier oben wie man sieht rechts oben in der ecke wir sollen jetzt irgendwelche blumen sammeln und immer gleich den boomerang oh ja und was immer und hat gleich mal noch mehr der match ist ja nicht so dass wir nicht genügend der match hat als die pflanze das noch eine pflanze wir brauchen eigentlich sechs stück ja gut dann sammeln wir doch mal ein jawohl ja meiningsbild war nicht lang darüber nachdenken meiningsbild ist auch nicht schlecht okay wo müssen wir hin wo müssen wir hin da gemein so mal schauen wo die wo die pflanzen sind da bin ich mal gespannt was man da kriegen da ist noch eine mal bei vier da ist die nummer fünf ja da haben wir denn der match auch noch eine pflanze da sie mission abgeschlossen oha da haben aber jetzt hat old times over times of acid electric and fire ja machen wir auch mal den boss will ich eigentlich jetzt noch überhaupt nicht kennen weil da gibt es noch so viele sachen also bringt mir das eigentlich noch was aber ja erfahrung bringt es mal auf jeden fall wenn ich die noch mal einsammeln wenn auch irgendwo was irgendwo was da ist noch mal blut ja 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 jahre ja ja ok und rein da und da waren gleich weiß der waren gleich zwei blumen wir haben unsere in quest eigentlich schon wieder fast abgeschlossen wir brauchen jetzt nur noch zwei blumen dort wollen wir nur noch eine exzellent job so liebe ich das und wir gehen gleich dadurch wollen uns das nie traf dieses schöne gestein wie heißt es eigentlich noch mal wo man nie das war das mal um mann nehmen wir denn Oh, Nidra. Jawohl. Damage. Oh. Ah, getodged. Oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, schau mal, da haben wir auch nochmal Nidra. Ha, ha. Und wieder dieses Fliegeviech. Wenn wir mitnehmen, das Zeug. Oh, ein Magnetwerk ist echt nicht schlecht. Guckuck. Guckuck. Oh, Mist. Den haben wir abgekriegt. Äh, Critical Damage. Langsam aber sicher, ich kann mal Critical Damage machen. Danke. Äh, boah, boah. Mach mal das. Hupu. Ne, ich gehe da rein. Leider kann man kneten gekriegt, aber ja, man kann halt nichts machen. So, das da, das da. Und das da. Oh. Kommen wir nochmal. Okay, Stufe 3. Stage 3, wie gesagt. Was ist das? Biesmoor. Ach so, Biesmoor. Äh, Biesmoor. Biesmoor, Biesmoor. Pflanze. Da unten ist die nächste Pflanze. Das ist ja wunderbar. Danke. Wollen wir unseren Nitra noch ein wenig. Alles auch mit der Pflanze. Eingesammeln. Äh, boah, 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 was nehmen wir denn? Oh ja, kritische Trefferchance. Das ist, das ist doch cool. Getschall. Ehe, he, he. Ehe, he, he. Ah, 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 ah. Äh, ah, ah, ah. Okay, wir müssen noch ein paar Pflanzen suchen. Kuhu. Die räumen halt natürlich auch gut den Weg frei. So, das nächste. Da drüben ist eine Pflanze. Guck mal. Eine Sammel. Auch diese um. Diesmal. Diesmal. Oh. Ach, das ist Overclock. Okay, wir haben hier 30% mehr Schaden, aber minus 30% Feuerrate. Und hier können wir auch Plasma-Typ. Alter. Plasma-Typ. Okay. Nitra. Oh, wir brauchen Pflanzen. Au. Und jetzt halt hier durch. Kann sie Nitra mitnehmen. Ja, Mission abgeschlossen. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Ähm, nehmen wir das. Komm. Hau. Jawohl. Krischer Schaden. 180 macht die Plasma-Waffe. Oh, ein bisschen roter Zocker. Und da ist er down. Oh. Entschuldigen Sie bitte, ich muss hier durch. Ich muss noch eine Pflanze, also noch Gold. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Noch noch Zeit. Hui. Okay, Feuerrate, nehme mit. Amo nehme mit. Damage mit. Ah, Mist, das haben wir nicht mehr. Okay, dann nehme ich mal, das nehmen wir noch mit. Genau. Get to work, that aliens to be killed and gold to be mined. Das ist auch immer so eine schöne Mission, immer Morcaid aufzusammeln. Ne. Mal schauen, wo der Scheiß rumliegt. Ah, da ist er doch. Und wenn wir mal aufgesammelt. Oh, wir sind ja schon fertig. nicht. Ach. Oh. Wir nehmen den da. Oh. 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 Ja. Ja, hauen aber. Wir dodged. Mining speed. ich ich halte eigentlich ganz gut auch immer die großen die immer ziemlich okay wir müssen wir müssen wir mal woanders dahin gehen kommen wir sind hier farmen gehen hier aber immer weg da ich bin voll ok ok ja schön 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 und gold nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen alles mit was man mitnehmen können und oh scheiße wir sind schon so weit gar nicht gekriegt als du hier durch den brüchigen stein hier einfach durch wunderbar gucken muss man das so schön ist noch haben einmal durch den brüchigen stein ja 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 amor amor ich bin am ach da ist der stirbt das ganze wissen wir können ja nochmals okay ja was ist denn das okay meine lieben dann sage ich mal bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge und dann schauen wir mal ob man endlich macht den hier weil fertig kriegen bis dahin tschüss hat noch einen schönen tag